In der Fachtagung Urban und Grün stellen wir uns die Hauptfrage, wie kann man die urbanen Böden neu denken. Und dies wird anhand von verschiedenen Perspektiven, von verschiedenen Keynote-Referenten und Referentinnen behandelt, sei es aus der Perspektive der Architektur, der Raumplanung, sei es aus der Facility Management oder Immobilienbewirtschaftung, wie auch aus der Bodenökologie. Am Nachmittag bieten wir zwei Workshops oder eine Exkursion an, wo dann die Inhalte und Fragen, die am Vormittag aufgekommen sind, diskutiert werden können und vertieft werden können, wie auch kreative Lösungen entwickelt werden. Das Ganze schliessen wir dann mit einem informellen Apero ab. Die Fachtagung richtet sich an Personen aus den Bereichen Architektur, Landschaftsarchitektur, Raumplanung, Immobilienbewirtschaftung, Ökologie und Biologie. Aber natürlich dürfen auch weitere Interessentinnen und Interessenten an dieser Fachtagung teilnehmen und sind herzlich willkommen. Nutzen Sie die Gelegenheit, sichern Sie sich heute noch ein Ticket für diese Fachtagung, nehmen Sie teil an spannenden Diskussionen, am Networking und wir freuen uns ganz fest, Sie am 16. Mai an unserer Fachtagung im Toni-Areal in Zürich begrüßen zu dürfen.